Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Weiter geht's. Erstmal Soundcheck. Dafür brauche ich eine andere Waffe. Passt. Öffnen, öffnen, öffne dich. Öffnen, öffnen, öffnen. Oh, das war knapp. Den habe ich erst gar nicht bemerkt. Oh. Haha. Oh, das war knapp. Oh. 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 Na toll, ne Falle. Oh. 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 Kann ich schon. Gut. Danke für die Brücke. Die Brücke. Die Brücke ist immer gut. Na. Hm. Na, wofür ist hier lang? Okay. Ich würde nur sagen, hier wird ein bisschen gesnipert. Achso. Welchen Schreier habe ich ausgerüstet? Ich habe ihn ausgerüstet. Au. Doch Heilung. Ich nehme an den Baba Jack. Ich habe Geld. Er ist ein Huhn. Und ein Huhn kann auch sehr leicht sterben. Tragklasse ist noch ziemlich gut. Das ist eine Geldwurde. Geht gleich zu Gelten machen. Das ist ja... Was ganz Neues. Zu Gelten machen wortwörtlich. Das Geld ist weg. Nö, ist hier überall verstreut. Ich habe mir die ganze Gegner auf. Da liegt ja noch ein Geldstück. Was? Hier oben auch. Wo sind die mal hingeflogen? Sind die durch den Gegend gekugelt? Ist schon lustig. Da liegt ja noch mehr Geld. Gold, 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 Gold. Alter, wie viel liegt hier denn noch? Zu wie viel Geld wurde er denn? War's das jetzt endlich mal? Da ist ja noch eins Genau, und das war's jetzt, oder? Nein! Da liegt ja noch eins Ja, genau, da Sehr gut versteckt Da liegt noch eins Lass mich raten, ich hab alle durch die Gegend gebrüllt Und wir mal zur Merunus Klinge greifen Was? Hier oben auch? Ach, hier ist ne Truhe Mit Schloss Offen Was war das? Ach, großer Seelenstein Ich hab erst gelesen, großer Granatstein Aber nein, ist ja großer Seelenstein Gut, dass ich keine Fallen auslöse LOL Wenn die dadurch nicht ausgelöst wird Dann macht man sie hier dadurch an Hi Stirb Und du bist weg Ruhloser Trauge Und schon wieder so eine Die sofort offen ist Hier ist nichts Auf in den Tempel zurück Denn ich hab den zweiten Schädel Ich habe den courage Und nunca mehr so eine Als ob es House alfall zieht Es geht Das hat Untert Als Ah Hehehe Was mache ich mit dir? Am besten noch. Todeszeichen. Ota, der Wahnsinnige. Schirp, Ota, der Wahnsinnige. Du hast keine Chance. Ich sollte mal ein bisschen Heilung... Mal ausüben. Wie siehst du denn aus? Wie siehst du aus? Wo kam der ganze Schaden her? Da bist du! Und aus! Nein! Nein! Ich hätte den Schuhmautomachen killen sollen. Ich hätte es tun sollen. Kann sein, dass das der siebte von den Drachenpriesten ist, die ich mache. Oh, da habe ich fast alle. Da fehlt mir nur noch einer. Und zwar der, der der Hauptquest ist. Diesmal... Todeszeichen. Moment mal, was macht denn einer noch mal am meisten Schaden? 37. Die macht sogar jetzt mehr Schaden. Versuch Nummer 2. Versuch Nummer 2. Versuch Nummer 2. Versuch Nummer 2. Du hast die Arnade Coming. Du hast die Arnade, der續 in mình Alone. Die Arnade. Oh ho 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 Yay Mmhm Eine Blitzwand Ach und da ist der Schrei Klar Das ist nur ein bisschen schund Danke für die Diesen Schrei Was ist das Kühnes Frieden Warum nutzt ihr eigentlich Dieses Messer kaum Das kann ich ja jetzt praktisch Eher nutzen als Meine Äxte Das ist glaube ich auch nur weil es auf Legendär schon ist Magie Schrei Davon habe ich nur zwei Da kann ich ja mal Mich ja wieder zurück Auf Nach Da kann ich mir jetzt Die Hauptquest begeben Andere Richtung Dafür muss ich hier lang Aber ich würde sagen Ich mache jetzt hier erst Mal einen Cut Und Bis zum nächsten Part Art.